Oh Gottes Willen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Wir sind ja immer noch um dein Lager, ne? Und ein bisschen was erledigt, ne? Ein bisschen vorbei kagern und ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach genauso weiter wie vorher. Wir laufen weiter durch... Wo willst du denn hin? Dort. Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ja. Ich will zu Laris. Ich werde mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Ich versteh... Ich versteh's halt nie. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Das haben wir... Aber was passieren, wenn ich jetzt trotzdem rei... Du hörst wohl schlecht. Ich glaube, ich darf da wirklich nicht rein. Das ist okay, gut. Sorry. Und wo ist er jetzt hier? Keiner. Hey, du! Glück gehabt! Ja. Hey, du! Ja. Ich habe irgendwie diese Paranoia. Das hier oben... An der Geschichte muss wohl doch was branden. Äh, Sharky. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Äh. Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Ja, war auch nix. Ja, tschüss. War nicht besonders schlau. Ähm. Ich habe irgendwie diese Paranoia, dass hier überall in den Häusern oben irgendwie plötzlich doch nur Leute sind. Wenn man dann den einrichtigen oder so vergisst. Aber war alles für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Man dient, man dient. War doch klar, das ist das Tage. Da, guck mal, da ist zum Beispiel einer. Boos, ne? Hier, da. Siehst du? Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass ich eine Gelegenheit biete, dann an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Ah, ja. Was muss ich über diesen Ort wissen? Im Zentrum der Höhle ist ein riesiges Loch voll Erz. Wenn du darüber nachdenkst, wie du da rankommen kannst, vergiss es. Ich hab's selber mal probiert, aber die Söldner passen Tag und Nacht auf. Gut. Wer ist hier der Boss? Kommst wohl gerade aus dem alten Lager, was? Ja. Hier ist niemand der Boss. Der verdammte Liefer sucht zwar immer, uns an der Leine zu halten, aber wir machen, was wir wollen. Wenn es sowas wie einen Anführer unter uns gibt, dann ist das Laris, aber der ist schlau genug, niemanden in seine Sache reinzuquatschen. Ja, dann. Ich hab ein bisschen Sumpfkraut dabei. Willst du was? Klar, hier sind zehn Erz. Gewehr. Wenn du mal wieder was hast, kommt vorbei. Also werden wir jetzt so ein richtiger Hasch-Ticker gewonnen. Das kennen wir alles schon. Und wichtig. Äh, Bandit, Bandit. So, wenn spätestens jetzt ist meine Paranoia nämlich noch schlimmer verstärkt. Ich warte einfach drauf, dass irgendwie in einem dieser Dinger irgendwie gezahler sind. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Äh, du bist eine Argonbasta. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ja, gut. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück. Oh, wieso hilft der mir? Also, wie, hä? Hä? Wieso will da kein Geld? An der Geschichte muss wohl doch was... Das ist total komisch gewesen. Ich hab irgendwie das Gefühl, in dem Haus ist nichts, ne? Nö. Ich glaub kaum, dass ich daran... Da muss ihn... Ich hängig... Hm? Hallo? Danke. Da ist auch keiner. So, ähm... Ja, okay. Jetzt gehen wir in die anderen Stockwerke. Hier ist ja kein Haus, da läuft nur dieser Kornes oder Korpus oder irgendwie so rum, wie der da ist. Geht zur S... Kornas, genau. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Er muss eben aufpassen. Nun... Das passiert mir nicht noch mal. Ich grüße dich, Magier. Wichtige... Korkalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her. Er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig. Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Ich werde Saturas bei Gelegenheit davon berichten. Geh nun. Hallo? Geht's? Hallo? Hallo? Äh... Iberion, der Anführer des Sektenlagers, ist tot. Was? Wie konnte das geschehen? Die Bruderschaft führte ein Ritual durch. Eine Anrufung ihres Gottes. Die mentalen Anstrengungen waren wohl zu viel für Iberion. Das ist sehr traurig. Iberion war ein zuverlässiger Verbündeter. Aber es rechtfertigt nicht die Störung der Studien von Saturas. Hallo, hallo. Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft an. Aber sollten sie Recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Saturas berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Saturas? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zu passieren. Die Parole lautet Tetriandoch. Saturas findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun? Äh, ihr wollt die Barriere zerstören. Wie genau soll das gehen? Wir brauchen eine große Menge magisches Erz. In einem großen magischen Ritual werden wir die gesamte magische Energie freilassen und somit die Barriere sprengen. Natürlich zieht eine solch große Menge Erz allerlei Lumpen und Banditen an. Also brauchen wir jeden Mann, der bereit ist, unseren Plan zu verteidigen. Ich sag mal, die Idee vom neuen Lager ist die beste von allen dreien. Aber das alte Lager ist trotzdem immer noch besser. Ich will bei euch mitmachen. Wenn du dich uns anschließen willst, solltest du zu Lee oder Laris gehen. Mhm. Ich will Magier werden. Wir können es uns nicht leisten, unser Wissen unter unseren Feinden zu verbreiten. Erst wenn du deine Loyalität zu uns unter Beweis gestellt hast, werden wir überhaupt in Erwägung ziehen, dich zu unterweisen. Ja, dann. Ich hör mich da lieber raus. Geh zur Seite. Ja. Ruhig. Weil ich wissen, die sind die Sprecher halt so gut. Und erst, wenn wir wissen, was du machst, können wir dir helfen. Diese komische Betonung von Satzenden ist das, was diesen komischen Sprecher so ausmacht. Und ich glaube nicht, dass wir dir da so viel weiterhelfen können. Hab ich mit dir schon geredet? Jo. Das ist halt so ein... Also eigentlich schon gut. Ich finde, der klingt ein bisschen wie Martin Scorsi oder... äh, 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 hier... Ja, von der Pate. Wie komm ich jetzt... Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Gut. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Gut. Wenn du das sagst. Wenn du meinst. Rörig! Bist du Schwede oder Däne oder was? Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Arzt so nahe kommt. Ja dann. Was kannst du mir über dieses Lager erzählen? Pass auf dich auf, während du hier bist. Im Lager sind eine Menge Halsabschneider unterwegs. Es gibt eine Reihe ungeschriebener Gesetze hier. Erstens. Nur die Söldner kommen in den Bereich der Magier. Zweitens. Wer versucht, an den Erzhaufen ranzukommen, ist ein toter Mann. Drittens. Ich würde nicht versuchen, in die Kneipe auf dem See zu gehen. Die gehört nämlich den Banditen und die sehen es nicht gerne, wenn grüne Jungs wie du da aufkreuzen. Eija. Wer hat hier das sagen? Wir Söldner folgen alle Lee. Er hat den Deal mit den Magiern gemacht. Wir beschützen sie und sie bringen uns hier raus. Also führen die Magier das Lager. Nein, niemand führt das Lager. Die meisten hier sind einfach Männer, die im alten Lager nicht bleiben konnten oder wollten. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen. Die Jungs sind sich nur in einem einig. Besser das ganze Erz auf einen Haufen Schöcken und in die Luft jagen, als es dem verdammten König in den Rachen zu schieben. Aha. Ja, das stimmt allerdings tatsächlich so ein bisschen. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Gib mir was für zehn Erz. Frag mal ein paar von den anderen Jungs, die wollen sicher auch was. Ja. So. Äh, meine Karriere als Dealer wird halt immer besser. Hallo, Lee. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Danke, mein Sohn. Was sind die Aufgaben meines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz. Beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Aha. Ja dann. Äh. Ich geh mal weiter, ne? Ja, ich dachte jetzt, ihr seid irgendwie interessanter oder so. Ich halte es nicht der Fall. Was ist hier? Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Ich will alles glauben, was man hört. Äh. Da werden Anforderungen gestellt. Das ist unglaublich. Hey, du! Ja, ich. Raus hier! Ja, okay. Kluge Entscheidung. Ganz ruhig. Dicker. Hey, du! Da hast du noch mal Glück gehabt. Was denn? Hey, du! Raus hier! Alter! Da hast du noch mal Glück gehabt. Da habt ihr irgendwie zu viel Hasch gebraucht? Was ist das denn? Oh. Oh. Was wolltest du da drin? Äh. Gar nicht. Hallo. Wer bist du? Ich bin Nefarius. Magier vom Kreis des Wassers. Ja, das ist ja gut, dass du einer vom Kreis des Wassers bist. Ich will ein Magier vom Kreis des Wassers werden. Nicht so schnell, mein Junge. Bevor wir einen jungen Mann in unsere Reihen aufnehmen, muss er etwas Großes vollbracht haben. Und er muss uns eine Zeit lang gedient haben. Wenn es dir wirklich ernst ist, solltest du zu unseren Söldnern gehen. Dort kannst du uns dienen. Und vielleicht erhältst du eines Tages die Chance, etwas Großes zu vollbringen. Gut. Bin ich bereit für den Kreis des Wassers? Werde einer unserer Söldner. Dann sehen wir weiter. Okay. Wo finde ich Satoras? Geh durch das große, runde Tor. Dort wirst du ihn finden. Gut, danke. Ja, ich vermute mal, es ist einfach ein Stargate, wo ich durchgehe. Das ist halt, ne? Ist halt überall immer gleich so. Gottes Willen, was ist denn hier für eine Totenbeschwörung? Hallo, Satoras! Ich kenne dich aus Gott, äh, Gott wird da, ey. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Ja. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Chor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen, niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Chor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück. Denn Chor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. Aha. Nun, ich hab das hier. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle fünf der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ja. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der fünf Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. Ja, dann so. Was machst du jetzt mit Fokus und Eimer nach? Nichts. Wir benötigen vorher die vier restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser vier magischen Steine in unserem Besitz. Also muss ich die suchen. Ich bin bereit, diese vier Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen. Die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Wieso mein Ziel? Können wir hier noch irgendwas lesen? Nein. Das ähm... ...bringt scheinbar gar nichts. Kommen wir hier hin? Kommen wir hier irgendwie zum Erzhaufen? Verbute ich mal gerade. Ich hatte ja niemand aufgehalten, deswegen sag ich einfach mal, ist nicht verboten. Was reden denn die Leute da unten? Also, dass die Deutner, die den Haufen beschützen. Alter, was für Musik. Was für Musik. Ich dachte, das wäre schon noch die Wälder, ich halte mich da lieber mal. Wui! Was ist das? Hi! Ist das der für den Sprung? Hi! Äh... Okay. Gut. Ich darf einfach so zum Erztaufen. Das interessiert heute keinen oder nicht? Okay, das ist wie bei Wizen 1 oder 2? Ne. 1. Wo man einfach so auf diesen Goldhaufen von Banditen durfte. Finde ich auch immer wieder bescheuert. Jetzt sehe ich da keinen, ob du dich da hinstellst. Mir ist hier ziemlich viel Erz. Ich habe das Gefühl. Es würde sich halt schon lohnen, das mitzunehmen. Das Ding ist halt, das würde halt, ähm... Für eine heftigste Inflation sorgen, weil, ähm... Das Geld wird halt nichts mehr wert sein, wenn ich alles das hier nochmal in den Umkreis bringen würde. Das wäre wie so ein Riesen... Ja, geil. Äh... Wie so eine Riesengeldwäsche, die ich einfach... In den Umkreis bringen würde. Gut, aber das macht nichts. Äh... Ich würde sagen, wir machen einen Cut. Bissern nicht vollkommen. Und... Tschüss! Ich würde sagen, wir machen ein paar Anf Elias. Okay, also wird règ Baby. Das ist nicht so ein Riesengeldrum.